Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Rage Mode. Ja. Ja. What? Ich bin voll müde. Ich war gerade schwimmen gewesen. Ich schaue jetzt gerade. Nur durch einen kleinen Schlitz von meinen Augen. Ich glaube ich sehe aus wie ein Asiate. Zumindest so wie ich jetzt gerade spiele. Ich bin voll müde. Ich bin voll müde. Ja, so wie ich jetzt gerade gucke, seh ich alles 16 zu 9. Da war einer hinter mir. WTF? Nochmal WTF? Ich bin letzter. Ja. Oh. Hey, ich bin ja gar nicht mehr letzter. Naja, eigentlich schon letzter. Mit den letzten 4 bin ich letzter. Ja. So. Könnte so sein. Wie viele Kills habe ich denn gemacht? Drei. Neun Kills, dreimal gestorben. Na ja dann. So. Ich hoffe euch hat die schnelle kurze Runde gefallen. Ich denke mal, ich werde jetzt nächstes Mal wieder mit WoW weiterspielen, nicht mehr mit Minecraft. Weil. Irgendwie habe ich gar keine Lust mehr auf Minecraft. Durch die ganzen Hacker ist mir irgendwie ein bisschen die Lust vergangen. Bei Minecraft. Anfang fand es ja auch richtig gut. Witzig. Doch da haben wir uns immer mehr Hacker. Da habe ich mir gedacht, ne. Das macht keinen Spaß, wenn so viel gehackt wird. Naja. Ich denke mal, ich werde später irgendwann wieder Minecraft spielen. Aber ich denke mal, für die nächste Zeit werde ich jetzt entweder WoW spielen oder irgendein anderes Spiel, wo man PvP spielen kann. Vielleicht werde ich auch wieder mein altes Age of Conan reaktivieren. Oder irgendein anderes Spiel, was ich habe. Oder vielleicht werde ich ja auch DC Universe Online weiterspielen. Ich weiß es noch nicht so genau. Wenn einer von euch den Vorschlag hat, was ich vielleicht spielen könnte. Könnt ihr mir ja schreien. Und ja. Sonst will ich euch noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin viel Spaß. Tschüss. 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 Tschüss.